Kurt Biedenkopf war ein souveräner Mensch, auch wenn ihm einmal ein Malheur passierte. Es ist schon einige Jahre her, damals war er der Präsident der Deutschen Nationalstiftung und hatte im Nationaltheater zu Weimar eine Laudatio auf die Schriftstellerin Monika Maron zu halten. Es passierte ihm das Missgeschick, dass er statt Bitterfeld einige Male Bielefeld sagte und von den Zuschauerinnen und Zuschauern korrigiert werden musste. Biedenkopf reagierte mit der ihm eigenen Souveränität, er nahm sich selbst auf den Arm und kokettierte. Sie sehen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin von der Größe meiner Aufgabe überfordert. Er glänzte gern und er war ein glänzender Politiker. Er war ein brillanter Kopf, ein Denker und ein Macher, souverän und selbstbewusst. Er musste nicht Politiker werden, um etwas zu sein. Er war schon etwas, als Helmut Kohli 1973 zum Generalsekretär der CDU berief. Er hatte eine glänzende Karriere in der Wissenschaft und in der Wirtschaft hinter sich. Er war 43, als er CDU-Generalsekretär wurde. Als Generalsekretär brachte er einen neuen Tonfall in die Politik. An die Stelle der alten Behäbigkeit trat sprühende Intellektualität und die alten politischen Formeln der Nachkriegszeit wurden von ihm entsorgt. Kurt Biedenkopf baute die Parteizentrale um in eine Denkfabrik. Und diese Denkfabrik wurde dann von Heider Geißler, der ihm als Generalsekretär vier Jahre später nachfolgte, weiter ausgebaut. Zusammen mit Heider Geißler und Richard von Weizsäcker formulierte Kurt Biedenkopf dann das neue CDU-Parteiprogramm. Es war das Beste, das die CDU jemals hatte, auch besser als die aktuellen CDU-Parteiprogramme. Kurt Biedenkopf war der Architekt der paritätischen Mitbestimmung, die dann unter dem SPD-Kanzler Helmut Schmidt gesetzt wurde. Sein Versuch, in der nordrhein-westfälischen Landespolitik Fuß zu fassen, klappte nicht so recht. Biedenkopf hatte wohl nicht die nötige Rustikalität, die man an Rhein und Ruhr braucht. Dafür eröffnete sich ihm eine zweite Chance im Osten. Er war keiner von den Politikern, die erst mit der deutschen Einheit dort einschwebten. Schon seit 1990 unterrichtete er an der Karl-Marx-Universität in Leipzig Wirtschaftsrecht. Er war der erste deutsche, der erste westdeutsche Professor, der dort im Osten, der drüben, wie man damals sagte, seine Antrittsvorlesung hielt. Das waren gute Voraussetzungen für das, was dann folgte. Von 1990 bis 2002 war Kurt Biedenkopf der König von Sachsen. Er war derjenige, der mit jeweils traumhaften Mehrheiten zum Ministerpräsidenten wiedergewählt wurde. Er war eine der wichtigsten Symbolfiguren für das Zusammenwachsen von Ost und West. Meine Sachsen sind immun gegen Rechtsradikalismus. Der Satz stammt von Kurt Biedenkopf und er wusste, dass dieser Satz nicht stimmte, dass er seinen Sockel von Rechtsradikalismus in Sachsen und im Osten gibt. Aber er stellte sich sehr souverän und sehr gravitätisch auf diesen Sockel, um ihn am Wachsen zu hindern. Als er dann abtrat, stellte sich heraus, dass dieser Sockel noch sehr viel höher gewachsen war, als Kurt Biedenkopf selber geglaubt hatte. Das schmerzte ihn bis zuletzt. Kurt Biedenkopf war ein großer Demokrat, ein begnaderter Politiker. Er ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Er wird diesem Land fehlen.